Einige frühere Aphorismen oder Zitate. Lacan, die Hysterikerin, ist eine Sklavin, die einen Meister sucht, um ihn zu beherrschen. Wobei die Hysterikerin spielt und mit ihr gespielt wird. Sie wird von ihm nicht gesehen, solange sie ihn nicht sieht. Was das Genie angeht, so muss er nur diesen neuen, spiegellosen Blick abwarten, der ihn nicht sehen wird, damit der Mangel seines Mangels Form annimmt. Aus Goethe, Faust, du bist am Ende, was du bist. Setz dir per Rücken auf von Millionen Locken, setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken, du bleibst doch immer, was du bist. Aus dem Buch Potini, Lacan, Lacan und sein Fiegelhoch, wer man ist, wenn man weiß, dass man eh jemand anderer, aber niemals selbst ist. Männer haben sich durch Bedeutung, Frauen... Männer haben sich durch Bedeutung, Frauen durch Schönheit auszuzeichnen. Aus dem Seminar 11 von Lacan. Das Begehren lebt davon, sich stets im Gang zu bringen, indem es unerfüllt bleiben muss. Zitat Ich liebe dich, weil aber unerklärlich ich in dir etwas liebe, das mehr als du, das Objekt klein a, muss ich dich verstümmeln. Aus irgendeinem Film. Ich liebe dich, aber ich verstehe dich nicht. Eine der wichtigsten Zitate aus Lacan Seminar 11. Beginnt nicht alles mit jener Täuschung, in der jemand als Erster die Verzückungen der Liebe erfuhr und meinte, er hätte sie der Begeisterung, dem Rausch eines anderen zu verdanken, dessen Gefangener er zu sein glaubt. Woraus denn jener Falscheste aller Ansprüche an den anderen entsteht, der Anspruch auf narzisstische Befriedigung, sei es vom Ich-Ideal aus oder vom Ich, das sich selbst als Ideal auch passt. Jetzt Sie Untertitelung des ZDF, 2020